Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg nach Drachenbrücke. Das sollte doch hier eigentlich der richtige Weg sein oder ist das links die Brücke? Egal, ich glaube beide Brücken führen dorthin. Na man sieht es jetzt nicht, aber das hier sieht mir aus wie ein Übergang direkt nach Drachenbrücke. Also wenn wir hier jetzt langlaufen, dann sollten wir dort schon landen irgendwie. Oder doch da drüben die Brücke lieber nehmen. Beide, beide Wege führen nach oben. Ja in Drachenbrücke ist unser Plan dann dort schlafen zu gehen. Können wir hier rüber klettern einmal. Schlafen in Drachenbrücke. Ach das gibt es doch nicht. Da, wir haben es gefunden. Ich dachte schon, da drüben geht es ja nur wieder zurück zum Riss. Genau, schlafen in Drachenbrücke und dann machen wir den Riss, wenn wir ausgeruht sind, gespeist haben, uns aufgewärmt haben ein wenig. Dann kümmern wir uns um den Riss. Der Stab des Magnus ist noch dabei. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir den irgendwie auffüllen können. Ich glaube der ist ziemlich leer. So, hier können wir bestimmt einmal unterkommen für eine Nacht. Die vier Schilde. Zum Glück haben die auch nachts geöffnet, oder? Ach, einmal aufwärmen. Oh, prima. Hey, da wird sofort wärmer. Ja, so muss das sein. Bist du neu? Du siehst so neu aus. Hallo, Feider. Niemals. Habt ihr was zu verkaufen? Okay, das wollte ich eigentlich später erst mieten. Habt ihr denn was zu verkaufen? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Ja, genau. Bekleidung verkaufst du auch, die Silberkette und den Silberring. Oh. Was war das denn jetzt? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Scheinbar schon, ja. Ich hätte gerne... Was nehmen wir denn da? Das Bier nehmen wir schon mal? Och, das ist ja gar nicht so teuer, wie ich dachte. Ein Brot? Nee, ein Fisch jetzt nicht. Aber das gekochte Fleisch nehmen wir. Ach, der Süßkuchen. Hm. Das sieht ja gut aus. 18 Hungerpunkte werden hergestellt. Okay. 380 Hungerpunkte. Ja, dann nehmen wir so ein Wildmeetbret-Kotelett. Noch irgendwas Schönes hier. 220 Hungerpunkte, jeder Apfelkuchen für später so. Och, und vielleicht noch Honigbräu-Meet. Ja, stellt 20 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 20 Sekunden lang um 25 Prozent langsamer. Ja, stellt aber zwei Hungerpunkte wieder her. Eigentlich brauchen wir das ja nicht unbedingt. Och, da fällt mir gerade ein. Aber vielleicht können wir hier ein bisschen was brauen. haben wir vielleicht irgendwas, was wir verkaufen könnten hier. Ach, du kaufst auch jeden Scheiß, oder? Waffen auch. Zaubertränke auch. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen... Oh, so viel. Die hat aber nicht viel. Gold. Anfälligkeit für Frost. Gesundheit senken. Oh, das können wir doch mal verkaufen. Ach, das ist ja gar nichts wert. 7 ist es gerade mal wert. Das ist da schon besser. Anfälligkeit für Frost. Gift des langen Leidens. Frostbist Gift. Ah, Moment mal. Gesundheit senken. Ja, so viel hat sie nicht mehr. Ein mystisches Gift hier. Schwaches Gift. Skoma. Mhm. Zaubertrank der ewigen Ausdauer. Das hier wäre doch noch was. Zaubertrank der Feuerresistenz. Ja, Feuerresistenz brauchen wir demnächst nicht. Und der geringen Ausdauer. Ich habe so eine Erinnerung, dass wir das irgendwie mal sortieren konnten nach Preis. Oder so eine Liste hatten irgendwie, so eine übersichtliche. Gesundheit senken. So. Dankeschön. Und bis auf Wiedersehen. Ich zeige euch euer Zimmer. Achso, ja. Richtig. Ich zeige du mal schon mal unser Zimmer. Wir gucken uns das später mal an. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Och, äh. Ja. Ich. Das ist unser Zimmer hier. Aha. Hier können wir schlafen. Dieses Warten. Dieses unerträgliche Warten. Ja, dann hau doch ab. Tanz oder mach irgendwas. Du musst doch nicht immer so warten. Tja, ich dachte nämlich, dass hier noch irgendwie so eine Alchemie-Station stehen würde. Steht hier gar nicht. Die nächste Alchemie-Station ist wahrscheinlich in Einsamkeit. So ein paar Zaubertränke wären vielleicht doch ganz schön. Naja, okay. Dann gehen wir mal schlafen. Hoffentlich geht es uns danach dann auch etwas besser. Zwölf Stunden Schlaf. Jo. Du erwachst und bist gut ausgeruht. Leicht hungrig. Dir ist wärmer und jetzt auch behaglich sogar. Oh, unsere... Unser Gesundheitsbalken ist wieder voll gefüllt. Dann gibt es jetzt zum Frühstück hier ein gekochtes Rindfleisch erst mal. Und dazu ein Bier. Zwei. Auf einem Bein kann man ja nicht stehen. Und dann gucken wir uns mal die aktiven Effekte an. Ausdauer-Regeneration senken. Oh. Keine gute Idee mit dem Bier. Wie lange dauert das an? Für 30 Sekunden. Ja, ach Gott. Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang. 30 Prozent langsamer. Mein Gott. Da können wir aber mit leben. Ja, schön. Dann... Dann geht's... Guten Morgen auch. Dann geht's mal weiter, oder? Ist ja richtig Betrieb heute. Okay. Wenn diese Rebellen denken, sie könnten uns fertig machen, dann werden sie sich noch wundern. Die wundern sich noch. Das glaube ich auch. War hier nicht mal ein schwarzes Brett irgendwann? Ihr gehört doch zu diesen Akademie-Magiern, oder? Ich habe ja gehört, dass sich die Lage dort wieder beruhigt haben soll. Ja, ja. Hast du ja richtig gehört. Ich glaube auch. Die haben, glaube ich, einen neuen Erzmagier. Uns nämlich. Glaube ich schon. Oder haben wir auch davon nur geträumt. Okay. Jetzt geht's an die Anomalie. Stab des Magnus. Also, wir müssen erstmal checken, was wir hier haben. Wir haben hier unsere Keule. Ach, genau. Wir haben hier unseren Bogen. Der muss auch nicht ganz aufgeladen sein. Jetzt für diese Zwecke. Hier haben wir nochmal unsere Keule, oder was? Ach so. Ne, auf drei haben wir... Starkfeuer. Oh, Vorsicht. Du brennst. Okay. Auf fünf haben wir unsere Heilung. Die ist schon mal wichtig. Auf sechs haben wir gar nichts. Noch nicht. Auf sieben... ...haben wir Licht. Okay. Und das war's. Auf eins. Die Keule ist das Beste, was wir haben gerade. Und der Stab des Magnus. Wo ist er denn bei den Waffen? Stab des Magnus. Zeigt mir den Stab des Magnus. So, der ist nämlich leer. T. Ladung. Laden mit... ...gewöhnlichen Seelenstein. Wo ist er hier? Nochmal. Okay. Jetzt ist er geladen. Dann haben wir... ...auf eins doch den Bogen, denke ich. Wo ist denn der? Bogen ist auf zwei. Ach so. Fernkampf auf zwei. Okay. Andere Zeiten waren das noch. Vor zwei Jahren. Und da haben wir nämlich, glaube ich, hier das alles angelegt. So, wie wir es haben wollten. Ja, nehmen wir denn jetzt den Bogen dafür? So, irgendwas müssen wir nehmen. Ach, da hinten ist sogar ein Zeltlager. Magische Anomalie. Schieß. Schieß. Na, schieß ruhig. Aber manchmal dauert das hier ein bisschen so mit dem Schießen. Ach, wer hat man den erwischt hier? Oh, einen schwarzen Seelenstein bekommen wir da raus? Ach, aber das ist doch gut. Gefüllt sogar mit mächtiger Seele schon. Okay, mach du das da mal. Und ich gucke mich mal hier rum. Glaub ich. So, wir brauchen den Stab des Magnus dafür. Stab des Magnus. Ja, da passiert was. Da tut sich was hier. Und schließt sich, glaube ich. Ich will noch nicht so nah dran gehen. Wer weiß, ob das explodiert oder was. Also... Dann müssen wir vielleicht das kleine Wurm-Dings da fertig machen. Das ist das da. Vielleicht. Wenn wir es finden. Irgendwo. Jawohl. So. Abgeschlossen. Schließt den Riss. Kehre zu Tolf dir zurück. Oh. Moment. Ein schwarzer Seelenstein ist da drin. Den müssen wir uns aber holen. Egal wie viel Wasser da drum rum ist jetzt. Oh. Ach da. Mächtiger Seelenstein. Na ja immerhin. Na vielleicht hätten wir den Riss lassen sollen. Als unendliche Quelle schwarzer Seelensteine oder sowas. Wird uns denn Tolf dir angezeigt, wo er ist? Tolf dir. Akademie der Winterfeste. Akademie Winterfeste. Da geht's jetzt hin. Akademie der Winterfeste. Hm. Ne, da brauchen wir erstmal Magie. Lautlosigkeit. Lautlosigkeit. Äh. Wo haben wir denn unseren AWAC beschworen? Steht nicht dabei, auf welcher Taste wir den haben. Guten Tag. Hallo. Ja gut. Dann geht's mal wieder nach Winterfeste zurück. Ich weiß gar nicht, hat der Stab jetzt überhaupt irgendwas gemacht? Der Stab des Magnus? Naja, wir hätten auf diese Geister schießen müssen. Diese Anomalien. Das war der Trick dabei. Gar nicht die Anomalie selbst. Den Riss selbst sollten wir gar nicht damit befeuern. Nur diese Geister scheinbar. Diese Anomalien, die da rauskamen. Oh, hier liegt ja schön Kram von uns rum scheinbar. Oder für uns. Ganz dumm gelaufen. Ganz schlecht. Aua. Ey. Lass das. Oh, ins Knie. Boah. Ja gut. So kommen wir wenigstens schnell voran. Aber wir sind tot. Oh nein. Ach, sag nicht. Oder machen wir das nochmal jetzt aber richtig. Jetzt wissen wir ja, die kleinen Geister müssen wir schaffen. Hau da drauf. Ich treff die irgendwie. Down. Nein. Oh! Oh. 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 Na komm schon. Lass dich treffen. Sei nicht so zappelig. Hör auf. Ich hätte fast getroffen, aber dann ging es doch daneben. Oh, wir sind tot. An alter Schwäche gestorben. Warum gab es keinen Autospeicherpunkt, als wir das Ding da fertig gemacht haben? Wir können F5 drücken. Einmal rauslocken, einmal wegrennen. Und dann schleichen wir uns eben dadurch, durch. Drei sind das. Ich habe vorhin nur zwei. Worauf schießen wir denn da? Auf den Stein da hinten? Das zählt nicht. Ich bin auf den Erste. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. die stehen nur rum der eine greift nur an immer na gut du machst den ein ich mach den anderen hier der zappelt nicht so viel rum besser zu treffen für uns hey ok ich hab ihn und einmal die wiese getroffen was 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 gibt mir euren seelenstein alles nehmen er 1 gewöhnlicher seelenstein 2 noch einer irgendwo wo ist der dritte mit dem schwarzen gefüllten seelenstein wo man kann aber ganz schön weit raus so mann hier da ist einer ok 1 2 3 jetzt sehe ich sie alle drei der ist leer der ist auch nur ein winziger seelenstein aber die pfeile können wir wieder mitnehmen hier hat mir nicht den blick des bauern oder so ok wir haben schnell auswahl das ist schon mal gut ok 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 ja man ist ein bisschen eingerostet man muss erst mal wieder reinkommen jetzt ich vor allem speichern wollen sowas wie in der letzten folge ja nicht noch mal erleben aber wie in vorhin in dieser folge sogar noch wie war das hier mit der schnell auswahl abwag beschworen abwag oh ja hallo wollt ihr auch da lang sollen wir nicht lieber warten bis die erstmal vorbei sind da vorne ja vielleicht reite 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 schnell 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 hat da ja jemand um hilfe gerufen ja wir hilfe oh nein ich bin ich lebe noch lauf ich bin noch nicht tot weiter geht's ich glaube wir haben es geschafft hier ja wie sieht es überhaupt aus mit unseren ah ich habe F gefunden die F-Taste ah das ist praktisch ich wie sieht es denn aus mit unseren Fertigkeiten überhaupt wir haben haben wir keine Punkte zu verteilen Stufe 67 nö und wie es aussieht keine Punkte zu verteilen sonst würde doch hier irgendwo stehen Punkte zu verteilen oder sowas ach moment mal schießkunst haben wir schon zweimal legendär gemacht okay ja hier fehlt auch noch irgendwas drauf oder überspannen todesschuss ach so ach so er fordert 100 meisterschuss und da haben wir uns die Punkte nicht aufgespart dafür und schleichen auch übrigens schleichen es auf 100 ja okay AWAC geht schneller so dann reiten wir mal los hier oh nein schon wieder genau in dem Augenblick des Angriffs abgespeichert keine gute Idee ach was 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 ist da Schmetterlinge sind da nein oh warum ist das hier alles so gefährlich ich kann ja nicht mehr die Kaiserlichen müssen doch immer ein bisschen die Straßen sicherer machen die müssten das doch wissen mittlerweile dass da hinterm Fels immer einer hockt das wissen wir ja fast sogar ich würde aber auch ganz gerne nach wie heißt denn das nochmal zur Diebesgilde denn ich bin nicht mehr zufrieden mit der Frisur die unsere Lucrezia hat hier nicht ganz können wir doch mal gucken das sieht ja jetzt gar nicht aus was ist denn mit unseren Haaren passiert was haben wir denn da gemacht was ist denn das für eine Haarfarbe überhaupt da holen wir uns ja nur einen Sonnenstich mit ja man kann sich dran gewöhnen nein das ist doch keine das ist doch nicht richtig gekämmt nein ist irgendwas schief gegangen und was ist überhaupt mit unseren Ohren los was haben wir denn da gemacht ja und die Kleidung jetzt sehe ich das auch erstmal was haben wir denn da überhaupt für eine Kleidung wir hätten doch viel schönere Kleidung hier was tragen wir denn da für Schutzpatronen Vulkanglasstiefel des Ochsen ja was ist hier mit den Vampirstiefeln die sehen doch schon mal schicker aus das Diadem vielleicht der einzigartigen Schießkunst ist ja eigenartig oder oh wer bist du hier Maik weiß viel und erzählt nicht alles Maik kennt viele Dinge die andere nicht kennen okay also ich meine wir hatten eine andere Haarfarbe ich meine wir hatten irgendwie so schwarze Haare oder so ich und Bekleidung meine ich auch wir hatten da was anderes so Lederstiefel liegen herum sollen wir die Sachen nicht mal alle einsammeln die überall rumliegen damit die Welt so ein bisschen sauberer wird hier mit den Lederstiefeln fangen wir an wir wollen auch jetzt nicht ernsthaft so rumlaufen setz dir irgendwie einen Hut auf oder die Mütze von vorhin vielleicht machen wir erstmal Halt in Weißlauf ich meine jetzt gefällt mir das aber auch irgendwie nicht mehr Weißlauf weil ich denke dass wir vielleicht in Weißlauf irgendwelche Sachen kaufen können oder so ich würde an eurer Stelle bleiben wo ihr seid warum ich bin zu einem Lager der Riesen unterwegs und ich kann nicht garantieren dass diese Monster euch nicht für einen Teil der Opfergabe halten haltet Abstand dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen naja dann braucht ihr vielleicht Hilfe dabei ich habe alles im Griff danke für das Angebot und was wollt ihr den Riesen anbieten die Kuh natürlich andere machen das anders aber ich habe festgestellt dass ein Tieropfer die Riesen meist von unserem Vieh fernhält manche halten es für Aberglauben aber ich glaube es funktioniert bislang hat noch kein Riese eins von meinen Viechern getötet ja außer die die du da hinbringst oder ja und die Farbe auf der Kuh was heißt das es ist Tradition wir kennzeichnen das Tier um die Riesen wissen zu lassen dass wir es ihnen freiwillig überlassen eine Art Friedensangebot aha wozu nochmal die Farbe auf der Kuh ja ich weiß dann viel Glück danke passt gut auf euch auf ja ihr auch danke danke oh ich glaube Serana du du zischt irgendwie du knisterst irgendwie so ein bisschen ja Serana du knisterst elektrifiziert oh hier gibt es Pilze nein wir haben doch keine Zeit wir müssen doch gucken dass wir den Stab des Magnus wieder zurückbringen ein Elch Freund oder Feind ja der reitet friedlich davon schönes Wetter heute schöne Aussicht schöne Schmetterlinge oh Schmetterling für unsere Tasche ja genau wir haben den Schmetterlingsflug drauf können wir das nochmal ne nur wenn wir den Schmetterling gefangen haben ja doch ein bisschen es ist wie in einem Traum habe ich doch schon mal gesagt ich bleibe dabei irgendwie mit dem springen wir können viel länger springen als ich das so in Erinnerung hatte da ist der Hase ach ja der Hase jagt den Fuchs die machen ein Wettrennen vielleicht ach so wie ist denn das jetzt mit der Zeit eigentlich wir haben jetzt ganz schön was erlebt und es ist erst 11 Uhr 20 ich glaube die Zeit wird dann irgendwie im Speicherstand mit abgespeichert die Zeiteinstellung also ich habe da jetzt nichts weiter geändert die müsste dann so sein wie sie bei uns schon seit je irgendwie eingestellt war Freund oder Feind wer seid ihr hier und du nö ich wollte nur gucken was ihr hier so macht da stampfen ein paar Riesen durch die Heide hier oh blaue Bergblumen hier da liegt der Wolf können wir den ausnehmen alles nehmen alles nehmen violette Bergblumen ich erneu mich also blau violett und was war das andere rote gibt es auch noch ob es auch weiße gibt gelbe ork ich habe etwas was euch beim entspannen hilft wenn ihr interessiert seid na dann zeig doch mal was du hast der beste Skuma der süßeste Mondzucker natürlich zu einem guten Preis aha das scheint ja verboten zu sein Moment gebt mir einfach was ihr habt dann geschieht euch nichts nein danke ja das scheint mir verboten zu sein aber ich kann nicht mit euch handeln oder so ein Spitzel was ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen nicht wahr Aua hey hör auf damit das tut doch weh ich will nichts von euch hör auf hör auf hör auf ach man du hast sie umgebracht oh schlafbaumsaft Mondzucker die hat auch nicht mehr als wir du musst nicht mal alle angreifen kann man das einstellen bei dir ne können wir nicht einstellen scheinbar ok ok dann geht es mal so weiter ja wir suchen noch einen schönen Hut achso das können wir ja schon ganz gut jetzt aber wir sind irgendwie vom Weg abgekommen hätte hier vorne nicht irgendwo ein Weg sein müssen Richtung Weißlauf wollte ich erstmal so ich meine das geht am Turm vorbei oder ist da vorne nicht schon die Drachenfeste sind die Drachen wie heißt das nochmal Weißlauf auf jeden Fall guten Tag ich gehe mal weiter ich glaube das ist Weißlauf so viele Schmetterlinge hier willkommen im Land der Schmetterlinge kein Holz sammeln brauchen wir nicht na hoffentlich finden wir irgendwas in Weißlauf ist irgendeinen Hut eine Perücke wäre nicht schlecht Biesenheim Biesenheim so heißt das oder Bienenheim nee Biesenheim glaube ich Biesenheim Biesenheim so ja die gehört zu uns oder wahnsinnige Elytra-Nymphe ja ja was macht denn die hier draußen Biesenheim aber hier drin ist auch eine das ist die schwermütige Elytra-Nymphe Elytra-Nymphe Ups Hey So Truhe Ups Ach was können wir das nicht sortieren nach Achso das ist nur da sind nur die Fackeln drin Oh Fibel des schöneren Wohnens in Weißlauf Nanu ansonsten Bin immer noch da Lydia Ich hab schon mal den Kuchen genommen Ich dachte wir hätten hier alles sortiert so ein bisschen Däderische Pfeile naja immerhin Gold Hahaha Aber ansonsten naja hier sollte noch was zu essen und so drin sein ja Haben wir denn keine Kiste hier für Kleidung oder so Oh das ist ja gut Das ist praktisch Ah das ist ja super gut Hier haben wir die ganzen Zutaten reingepackt ja Hm Was ist das denn Script Gelee Das kenn ich ja gar nicht Hm Interessant Ja gut Vielleicht machen wir eine Shopping Tour in der nächsten Folge Ich bedanke mich für euer Zusehen für eure Kommentare und für eure Likes In dieser Folge haben wir die den Riss geschlossen die Anomalie besiegt zweimal sogar Daumen hoch für euch macht es gut und bis zum nächsten Mal Tschüss these werden wir ein ein das das das